Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management. Heute mit einem wunderschönen Fallbeispiel. Einer Case Study, die wirklich ein Role Model ist. Tada, pun intended. Tatsächlich. Einem, ja, wirklich Discord. Das ist diese Software, die wir hier sehen. Müsst ihr nicht unbedingt kennen. Aber Discord ist exakt das, was man unter einer Role Based Access Control verstehen würde. Es ist für mich so ein bisschen das Beispiel geworden, was ich eigentlich sehr, sehr gerne zeige. Denn hier sieht man direkt die Komponenten, die man braucht. Discord ist eine Software, die man, ja, so zum Chatten benutzen kann in Text Channels. Und die man zum Sprechen benutzen kann in Voice Channels. Es gibt auch ein paar mehr Optionen. Mittlerweile kann man ja auch einen Chat haben. Man kann Leute einladen und so weiter und so fort. Müssen wir uns gar nicht genauer angucken. Die Funktionen sind hier nicht das Thema. Sondern wie die rollenbasierte Access Control hier funktioniert. Und genau dazu gibt es eben den BTS, den Bot Testing Server. Und wir gehen hier mal auf die Server Settings und schauen uns das mal genauer an. Hier gibt es den kleinen Reiter Roles. Und hier haben wir unser Dashboard. Aktuell gibt es vier Rollen. Einmal den Administrator, Python, Kotlin und den Tutorial Bot. Insgeheim gibt es aber fünf Rollen. Denn wenn ich hier draufklicke, haben wir hier noch die Add Everyone Rolle, die einfach jeder per Default bekommt. Also von Haus aus bekommt jeder diese Rolle. Und nur der Administrator wird anders angezeigt. Das heißt, der Administrator, und hier sieht man auch die Hierarchie, ein kleines bisschen. Ähm, der Administrator steht natürlich über dem Python, Kotlin und Tutorial Bot. Und die wiederum stehen über Add Everyone. Weil, naja, jeder bekommt die Rolle Add Everyone. Deswegen müssen wir mit der sehr, sehr, sehr restriktiv sein, so gut wie es geht. Das heißt, hier kann ich meine Rollen verwalten. Hier kann ich erstmal das Aussehen verwalten. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir erstellen aber einmal eine neue Rolle, nämlich den, lasst uns was Realistisches nehmen, den Moderator. Und der kann jetzt Dinge verwalten, zum Beispiel Textnachrichten. Und der bekommt eine rote Farbe, damit man es auch erkennen kann. Und wir schieben ihn ein bisschen höher. Denn er steht ja am Ende, wenn wir fertig sind, über Python, Kotlin und dem Tutorial Bot. Und ja, das war nur das Aussehen. Aber trotzdem, visuelle Informationen sind extrem wichtig. Denn ihr wollt ja, dass das Ganze intuitiv wird. Intuitiv sein ist für eine Access, oder generell für Access Control, eines der wichtigsten Systeme überhaupt. Oder einer der wichtigsten Maßstäbe. Natürlich, wenn es korrekt oder nicht korrekt ist, ist das furchtbar. Aber ihr müsst bedenken, am Ende verwaltet wahrscheinlich nicht ihr das System, sondern jemand anders. In diesem Fall jeder, der einen Server erstellt. Und jeder kann einen Server erstellen. Deswegen musste Discord hier wirklich sehr viel auf die Intuitivität richten. Also das User Interface im Endeffekt. Gut. Was wir machen wollen, ist, wir wollen hier mal in die Permissions reingucken. Da stehen nämlich die Rechte drin. In den Links stehen verknüpfte Rollen sozusagen. Das brauchen wir hier an sich nicht. Das ist ein Feature. Das ist einfach nur Zusatz. Und hier sehen wir die Member. Das heißt, wir können den Mitgliedern eine neue Rolle zuweisen. Ich mache jetzt hier mal Add Member. Und zwar würde ich gerne mich selber hier hinzufügen. Und dann bekomme ich diese Rolle. Jetzt ist aber das Interessante, wenn ich mal in die Mitgliederübersicht zurückwechsle, die ist hier drüben, dann sehen wir hier, dass ich einen Admin habe. Und dieser Admin bin ich. Und ich habe nicht nur die Admin-Rolle, sondern auch die Moderator-Rolle, die Kotlin-Rolle. Und ich kann mir aber auch natürlich noch die anderen Rollen geben. Und Add Everyone habe ich sowieso. So, das heißt, wir sehen hier, ich kann mehr als eine Rolle auf einmal haben. Okay? Und das ist jetzt das Besondere. Übrigens, wenn ihr uns unserem Discord-Server folgen wollt oder joinen wollt, es gibt einen Link in der Beschreibung über meinen Bio-Link, findet ihr da drauf. Dann könnt ihr euch mit anderen Leuten über solche schönen Themen wie das hier unterhalten. Okay, also nochmal kurz zurück. Ich kann also mehrere Rollen haben. Ich kann aber auch beliebig viele Member in beliebig viele Rollen stecken. Und das ist so ein bisschen die Krux bei der Role-Based Access Control. Wir können so viele Admins haben, wie wir wollen. So viele Moderatoren haben, wie wir wollen. So viele Add Everyones haben, wie wir wollen. Und jeder kann halt jede Rolle haben. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir die Permissions so regulieren, dass wir das auch richtig angewandt haben. Das heißt, wahrscheinlich sollte mein Moderator in der Lage sein, Kanäle zu sehen. Okay, das ist im Endeffekt ist Moderator wirklich eine dieser Unternehmensfunktionen. Das heißt, wir brauchen einen Moderator, weil er die Rolle braucht, dass er Dinge moderieren kann. Wir haben die Rolle also so genannt und überhaupt so designt, dass ziemlich intuitiv klar ist, welche Rechte derjenige braucht. Wir müssen eigentlich nicht nachdenken. Python wäre zum Beispiel eine Rolle, die wir verwenden, um auf Content zuzugreifen, der mit Python zu tun hat. Also mit der Programmiersprache in diesem Fall und Kotlin natürlich genauso. Okay, und beim Tutorial-Bot steht übrigens dabei, dass es sogar von einem Bot gemanagt wird. Deswegen hat er die Rolle hintendran Bot. Cool. Also, wir wollen hier natürlich View-Channels haben und wir wollen natürlich auch nicht unbedingt Manage-Channels haben oder Manage-Roles oder Manage-Emojis und Stickers, denn dann wäre ja der Manager nicht mehr der Moderator. Ja, das wären zwei verschiedene Rollen. Würde ich im Ernstfall aufteilen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Aber ein Audit-Log wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man das sehen kann, denn dann kann man sehen, ob jemand gesperrt wurde oder entfernt wurde. Und das ist schon eine Information, die für einen Moderator ziemlich relevant ist. Webhooks hingegen, ne. Server-Management, ne. Invites erstellen, das sollte schon möglich sein. Den Nickname zu ändern, das darf er ruhig auch machen. Nickname insgesamt zu verwalten. Sollte ein Moderator das machen? Na ja, wenn wir in einem Nickname irgendwas haben, was beleidigend ist, dann sollte der natürlich den Nickname ändern können. Er sollte auch Member kicken können, bannen können und sie timeouten können. Er sollte Nachrichten schicken können und so weiter und so fort, damit er eben alles hier verwalten kann. Ist ja klar. Und dementsprechend erstellen wir hier diese Rolle und, na ja, machen eben genau diese Dinge, die ein Moderator braucht. Aber wie gesagt, hier oben, das wäre hier der Manager, das wäre etwas anderes. Der kann Kanäle verwalten und Rollen verwalten. So erstellen wir im Endeffekt eine Rolle. Cool. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal ein paar Informationen für ein Row-Based-Axis-Control-System, die wir in Discord finden. Wir haben eine Übersicht über die Rollen. Wir haben die Möglichkeit, wie wir es visuell darstellen können, UI, UX. Wir haben die Möglichkeit, Rechte so zu verwalten, dass sie zur Rolle passen. Und wir können beliebig viele Mitglieder in beliebig viele Rollen stecken und dementsprechend natürlich auch extrem große Rollen haben. Was wir noch nicht haben, ist eine Role-Based-Axis-Control in unseren Channels hier. Und das kann ich auch machen. Okay. Und hier sehen wir eben diese zweite oder mehrfachte Komponente, die uns zeigt, dass Rollen ja auch Zugriff auf Dinge gewähren, die hier eventuell nicht dazu kommen. Und eigentlich, wenn man es sehr sauber machen würde, würde man hier sagen, ja gut, Atmen und Moderator geben dir keine Berechtigung, auf mehr Channels zuzugreifen. Sie geben dir mehr Rechte, für diese Channels etwas zu tun. Und dann haben wir ein interessantes Bild. Und ja, ich packe hier tatsächlich mal ausnahmsweise wieder Paint aus. Der Moderator ist dazu zuständig, dass er moderiert. Und der, ähm, ja, die Rolle Python oder Kotlin oder irgendwas anderes ist dafür zuständig, dass sie euch Rechte für einen Channel gibt. So, und wenn ich jetzt hier das Ganze kombiniere, also zum Beispiel die Moderatorrolle und die Python-Rolle, aber nicht die Kotlin-Rolle, und die in einer Person vereine, dann ist das ein Moderator für meine Python-basierten Kanäle. Wenn ich diese beiden Rollen hier kombiniere, dann ist das ein Moderator für die Kotlin-basierten Kanäle. Und so kann ich eine sehr feingranulare Regulierung eigentlich geben. Ich zeige euch das mal, wie das hier aussieht. Wenn ich einen Text-Channel habe, zum Beispiel General, dann kann ich hierher gehen und kann sagen, Overview, Permissions, Invites, Integrations. Eigentlich ist für mich nur interessant, Permissions. Und ich kann hier sagen, okay, in meinem General sollen alle so behandelt werden wie AddEveryone, aber eine Rolle soll vielleicht anders behandelt werden. Also zum Beispiel kann ich hier sagen, AddEveryone hat, wenn ich einen neuen Kanal erstelle und den wirklich, sagen wir einfach mal, wir nennen ihn Python, wir machen hier einen Python-Kanal rein, und der soll dann wirklich nur für die Leute sein, die auch Python können. Dann kann ich hier Add a Channel machen, kann Permissions machen, kann AddEveryone einfach all die Rechte entziehen. Also ich mache hier quasi auch einen Private Channel daraus und sozusagen hier nichts mehr verfügbar machen. Und jetzt kann ich hier oben, das ist die vereinfachte Variante, wir schauen uns das gleich unten nochmal an, kann ich hier eine Rolle hinzufügen, zum Beispiel die Python-Rolle Done. Und jetzt habe ich hier im Endeffekt die Rollen so, dass Python drauf zugreifen kann, AddEveryone kann nichts drauf zugreifen. Das heißt, nur Python kann hier zugreifen. Und natürlich, wenn der Moderator ein Moderator ist und eine Python-Rolle hat, dann, also der Moderator hat ja nicht hier die Berechtigung, auf diesen Kanal zuzugreifen, aber wenn er eben hier Python-Rolle hat und Moderator ist, dann kann er den Kanal hier sogar gleichzeitig noch verwalten. Das heißt, dieses Slash hier ist nicht, darf nicht oder darf, sondern es ist explizit die Rolle, das wird nicht verändert vom Standard. Das heißt, wenn jemand die Rolle Manage hat, zum Beispiel Manage Channel, oder eben auch hier Send Messages, dann wird die automatisch übernommen von der Rolle. Und ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Architektur, das Ganze. Das Ganze zu programmieren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, oder zu verwalten, wenn es richtig, richtig groß und komplex wird. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wie man sehr, sehr feingranular bestimmen darf, wer welche Rechte wo hat. Aber dafür muss man natürlich wissen, welche Rechte gibt es, das muss ich als allererstes rausfinden, und welche Rechte könnte ich vielleicht noch brauchen. Und ja, dann kann man hier tatsächlich diese Rollen, Python, Admin, Kotlin, etc. schon fast als Attribute sehen. Also wir haben hier bei uns fast schon eine Art Attribut-basierte Access Control gebaut. Je nach Rolle hat man eben auch Zugriff auf verschiedene Kanäle und so weiter und so fort. Aber technisch gesehen ist es immer noch Roll-Based. Und ja, man kann damit sehr, sehr viel machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wie gesagt, jeder kann sich hier einen Server erstellen. Bei Discord ist es auch nicht irgendwie sponsert oder sowas. Es ist nur einfach wirklich ein sehr, sehr offensichtliches Beispiel für Roll-Based Access Control, was man auch sehr, sehr leicht reproduzieren kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut definitiv bei uns vorbei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.